Was zur Hölle ist das? Danke! Wie? Mr. G-Man? Was tun Sie dort? Hm. Okay, das sind Portale. Hm. Jetzt kommt die Portalscheiße. Nee, noch immer nicht. Was mach ich denn hier? Hm. Ja. Hm. Hm. Dallalaga! Dallalaga! Oh. Hm. Das scheint das untere Ende von diesem komischen Gerät zu sein. Hm. Ich krabbel da hoch. Hm. Also geht das hier rein. Hm. Schibi! Und so? Geht ja gar nicht. So. Wohin? Bin ich im Arsch oder... Oh nein. Aha. Ich verstehe. Die... Die roten sind Eingänge. Die grünen sind Ausgänge. Die roten sind aus. Oh! Hm? Gibt es da drinnen zwei Portale, ja? So, erklärt mir dies. Ich... Versteh ich nicht. Ah! Aber warum? Wo muss ich denn hin? Hm... Ich versteh das nicht. Uh! Ey! F.D.H. 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 Hm... F.D.H. 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 Mann ist das kompliziert. F.D.H. 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 Echt ey. Der ist so ein Rotste. Bis ich das ausgedacht hatte. Wir müssen Spaß dran haben, Leute zu ärgern. Ich meine, ich komme mir mit Portal ganz gut klar. Aber diese Portale? Ich siehste ja nicht mal, wo sie hinführen. Oh yeah. So. Oh nee. Oh nee. Nein, 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 nein. Ja. Ich back in der Decke. Das gibt's ja nicht. Tu mir das bitte nicht an. Oh gut. So. Also da könnte ich hin. Ja. So. Und jetzt? Ich kann ausrasten, ne? Ich weiß ja nicht mal, was ich hier ausschalte. Das ist irgendwas. Wie geht die Tür auf? Ja. Ich weiß ja nicht mal. Ja. 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 Scheiße. Heftig. Alter Schwede. So ein Rotz, ne? Echt, so eine Scheiße. Das ist ja viel schlimmer als Portal 2. Den ersten Teil, den schaffe ich ja handümmendrin. Sogar noch schneller, als es in meinem Video zu sehen war. Bin mal faul. Aber die Scheiße. Du kannst ja nicht mal sehen, wohin dich die Portale führen. Ich merke, er hat gespeichert. Das ist schön. Ärzte Materials. Handling Bays. Höf. 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 Hallo, Gordon Freeman. You finally found us. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Thank you. This way, Gordon. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there. Created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Hmm. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Ahem. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out. Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Styson will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Does anyone have a cell phone I could borrow? Okay. Here, in the bunker, you have no capacity. Hmm. Sehr interessanter Komplex hier. Dr. Freeman, it really is quite an honor. But I'm sure you understand, this is no time to be making conversation. Yeah, yeah. Lass mich doch mein Spaß haben. So. You're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. This here is my personal collection. The best military grade hardware in this side of the Rio Graham. Have at it. Hmm. Just promise me you'll put it in the kitchen. Das ist doch alles ganz schön. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. This is the long jump module. I created it expressly navigation in the world beyond. Okay. I certainly hope you've received long jump training. Because once you're in Zen, you will need it. Oh yeah. Lambda reactor core. Lambda reactor core. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must. But hurry up! That'll be very close. My... Everything here is an open stream, you a little open stream. Mm hmm. demander again. Unless you're known to be complete. Don't All right! Ich kann das Portal jetzt öffnen. Der Prozess ist kompliziert. Und als es begonnen hat, muss ich nicht zuhören, oder werde ich wieder anfangen. Ich werde nicht in die Bühne gehen, bis ich das okay gebe. Entstanden? Ich beginne. Und so halt es auf. Oh my god! Ich bin bereit! Oh my god! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Dreck! Ich bin bereit! Untertitelung der ZDF, 2020 Justine! Almost there Freeman! Get yourself into position! It's ready! Almost closed! Now! Okay. Word. Dunno! No! Oh. 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 Und somit war dies das Ende von Black Mesa. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, was ich natürlich hoffe, abonniert mich und verteilt meine Videos. Gebt mir ein Like, ich würde mich sehr drüber freuen. Ja, vielen Dankeschön und somit tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.